Hui! Sag's ja, gewöhnungsbedürftig. Und wir sind beim Boss, oder? Jo! Ach du Schreck! Was sind das denn für... Uah! Ist man den da etwa hoch irgendwie? Was soll ich das denn? Ah, jetzt kommt er runter. Sein's nur die ganze Zeit unten warten, dass er hochgeht. Er runterkommt. Interessant. Ne, ich glaube okay. Uah! Noch ein... Jetzt müsste er runterkommen. Ne? Jetzt? Auch nicht? Sind wir doch da hochspringen, ehe er runterkommt? Ich weiß es nicht. Uiuiuiui. Also richtig hab ich den Kampf nicht verstanden. Aber okay. Wissen wir zumindest, was wir als nächstes für einen Niederstern nehmen müssen. Nee, andere Richtung. Andere, andere. Ja, der überlebens Energie. Ah, verdammt. So. 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 Keine Magie mehr. Na super. Ui. Yay. Bams. Damit ist ja Game Over. Dam, 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 dam. Tia, ha, 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 da sieht man mal, wie er, was wir sind. Wir sind unbesiegbar. Wir sind Gott. Wo war sowas in der Art? Dass der Bus war, naja, es ging. Er war nicht schwer, wenn man weiß, wie es geht. Okay. Was erwartet uns diesmal? Da hinten ist der Turm, in dem wir müssen, um Iremesu befreien. So, Safe State und wir sehen uns dann nächstes Mal in diesem tollen Neffel, wo der Boden verschwindet. Ich zeige euch mal, wie toll das ist, wenn man nichts sieht. Und da hat mich zum Glück gerade, dass... Und, wie ihr seht, passiert dann solche tollen Dinge. Okay, alles wie gesagt, bis zum nächsten Mal bei Ninja Game. Bis dahin, Leute. Bis dahin, Leute. Bis dahin, Leute.